Die Valora ist rechtzeitig auf den Digitalzug aufgesprungen und damit eine treibende Kraft bei der digitalen Transformation in der Schweiz. Für uns ist es Ansporn, dass unsere Kunden dank Digitalisierung noch mehr von unserem umfassenden Vertriebsnetz profitieren und täglich schnell und in der Nähe das finden, was sie benötigen. Dabei setzen wir verschiedene Technologien ein, beispielsweise bei der Bezahlung per Smartphone oder bei unseren Car-Kiosk-App, wo Kunden digitale Sammelpässe und Coupons sammeln, verwalten und auch verschenken können. Doch nicht nur das, wir gehen einen Schritt weiter. Mit unserem Valora Lab entwickeln wir neue Produkte, Dienstleistungen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen. Jüngstes Beispiel ist der OK-Button, wo Kunden per Knopfdruck einfach und bequem entweder von zu Hause oder vom Büro aus größere Mengen unseres beliebten OK-Energy-Drinks bestellen können. Die Digitalisierung ist in vollem Gange und sie betrifft uns alle. Wir von Valora sind bereit und gleichermaßen motiviert auch in Zukunft in einer digitalen Welt unsere Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen. In der Regel von der Weibung in einer digitalen Welt in einer digitalen Welt in einer digitalen Welt in einer digitalen Welt Vielen Dank.